Identität der Vivere Identität der Vivere bedeutet für mich, dass sie das lebt, was sie auch anbietet. Identität der Vivere ist auch für mich, in dem Ort fühle ich mich wohl. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Der Ort braucht Handel, von mir aus gesehen, damit man Leute in die Stadt hineinbringt, damit man auch zeigen kann, was die Stadt bietet und damit wir auch Abwechslung haben. Die Stadt bietet, die Stadt bietet, die Stadt bietet.